So, jetzt sind wir hier am Unkir-Stand und jetzt haben wir auch zwei Top-Athleten vom NRC, auch persönliche Freunde von mir, einmal die Sina Greis. Hallo Sine. Hallo. Und einmal weltbekannt Marke Schielow, gleich nach mir. Hi. Vorhertypen mit der Sina. Sina, erfolgreiche Saison hinter dir gebracht, letztes Jahr. Erzähl mal bei welchen Meisterschaften du mitgemacht hast, aber erzähl mal welcher. Norddeutsche, dann Deutsche. Welche Platzierung, welche Klasse? Norddeutsche, Deutsche Universum, Figurklasse. Auf der Norddeutschen habe ich gewonnen, auf der Deutschen habe ich den zweiten Platz gemacht und auf der Universum, ich weiß es nicht, nicht platziert. Also ich war nicht im Finale. Aber du sahst geil aus, hast sie gut verkauft. Sehr schön. Danke. Sonst geht es ja gut, wie sind deine Pläne für dieses Jahr oder nächstes Jahr? Hast du auf jeden Fall stark? Aber wie, was halte ich diesmal ganz spontan? Also ich versuche einigermaßen im Shape zu bleiben, so dass ich nur vier, fünf Wochen brauche, um auf dem Startplatz zu sein. Und dann gucke ich mal, wie die Lust ist. Schön. Dann Inko wieder vertreten sehe ich. Hat ja jahrelang keinen Stand, glaube ich. Heute hier als Sponsor. Fühlst du ganz gut? Musst du jetzt vier Tage hier arbeiten? Oder wie ist der Plan? Auch für mich ist das ja keine Arbeit. Ich mache das tatsächlich gerne. Ich bin gerne hier. Ich freue mich dabei zu sein. Und ja, ich würde sagen, wechseln. Spaß haben. Schön. Markus, du, ja. Schade, schade, schade. Viele wissen es schon. Markus hat einen dickeren Oberarm wie ich, aber da er letztens zwei Trizepsabrisse hätte, würde ich jetzt gerne noch mal messen, aber ich bin ja kein Schwein. Markus, du warst auf Vorbereitung. Ganz klar voll auf Kurs gewesen. Aufgebaut auf wie viel? Auf 146 Kilo oder 144? 147 Kilo. Und dann ist ja folgendes passiert. Erzähl mal zwei Trizepsabrisse, ne? Ja, ich war jetzt schon vier Wochen in der Vorbereitung, hatte knapp fünf, sechs Kilo schon runter. Und ja, die Kraft war da. Ich habe auch nicht übertrieben im Training. Ich habe ganz normal ein Armtraining gemacht. Vorher schon ein Bizeps. Dann war es die dritte oder vierte Übung für den Trizeps. Also es ist schon warm gewesen. Auch da vernünftig aufgewärmt. Also nicht übertrieben mit mehreren Sätzen. Und es war einfach Kraft da. Ich habe nur noch eine schwere Handel genommen, als ich selber umsetzen konnte. Das war vielleicht mein Verhängnis. Ja, aber bis muss man sagen. Bis zur Endstufe, sag ich immer, ne? Ja. Und dann, wo gehobelt wird, fallen Späne. So, dann haben sie operiert und jetzt geht's wieder. Bist du mit dem Training wieder angefangen, sagst du. Und jetzt willst du wieder angreifen. Na gut, dieses Jahr ist der Drops gelutscht, ne? Ja, also ich bin am Dienstagabend verletzt worden. Also das ist am Dienstagabend passiert. Donnerstag lag ich schon auf dem Tisch und wurde operiert. Das Ganze ist jetzt ungefähr zehn Wochen her. Ich habe jetzt ungefähr drei Wochen diese Gips-Schienen los. Also jetzt habe ich jetzt seit einer Woche ungefähr den ganzen Bewegungsradius wieder von meinem Arm. Wie warst du auf Toilette? Nein, Scherz. Also ich konnte mir den Arsch erwischen. Das ist die Frage. Das ging von der ersten Sekunde. Das war die Frage, die die meisten gestellt haben. Scheiße. Und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eingreifen, ne? Ja, ich wollte dieses Jahr jetzt nutzen, um nochmal ein bisschen Gewicht zu kriegen. Ich denke mal, so in zwei, drei Wochen kann ich wieder vernünftig anfangen zu trainieren. Dann nutze ich das Jahr, um schwerer zu werden wieder. Vielleicht immer noch zwei Kilo schwerer. Wie schwer bist du jetzt? Ich glaube, ich habe so fettige 134. Fettige 134. Ja, ja, okay. T-Shirt lässt sich bei unten. Aber jeder weiß, wie du auf der Bühne aussiehst. Also Topform war das letzte Universum gewesen. Überragend gewonnen. Deutscher Meister, Neudeutscher Meister, Durchmarsch gemacht. War eine super Leistung. Von daher, deine Kür, muss ich immer noch sagen, geil. Die war Weltklasse. Also für mich bist du da Kür. Und ja, ich wünsche dir erstmal viel Spaß. Danke für das Interview. Und dann alles Gute für die Zukunft. Und dann sehen wir uns vielleicht die Tage nochmal. Und dann spätestens wir dieses Jahr noch auf der Bühne. Ja, Sina und ich spätestens nächstes Jahr. Nächstes Jahr früher. Nächstes Jahr früher. Okay, vielen Dank. Mach's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.